Aber ich würde sagen, ihr wartet drauf, wir gehen jetzt erstmal rein. Und zwar, ich habe schon vier vorbereitet, das ist jetzt das fünfte. Wir starten mit fünf Player-Picks und vielleicht haben wir direkt Shredder. Erstmal auf jeden Fall ein gutes SPC-Futter. Kramaric, 82er. Winter Wildcard, hoffentlich. Ähm, ich dachte kurz, ne? Ich dachte kurz bei Alejandro. Wir gucken mal, dass wir keine Duplikate mitnehmen, weil ich weiß nicht, wer Shredder und Unshredder ist. Hier bin ich mir ganz unsicher. Vielleicht ist Darker Shredder, vielleicht auch nicht. Oh ja, perfekt. Ist er sogar. Next one, David Silva, 83er. Bisschen SPC-Futter und dann 83er Lusch, Alberto. So Freunde, weiter geht's. Fünf weitere Player-Picks zum Testen. 75 Pluser und wir schauen auch da mal rein, was das Ganze so gibt. Firmino und, ähm, ja auch da würde ich nicht auf einen Schlag direkt viele machen. Ich würde mal so 5er oder maximal 10er Packs zusammen machen und dann öffnen und dann gucken. Je nachdem, wie die Duplikaten reinpacken in SPCs, grinden, liegen SPCs und dann schauen, was das Ganze gibt. Falls ihr uns Bock habt, wir können natürlich morgen auch einige mehrere davon angreifen. 50 Stück, 100 Stück. Lasst mich einfach mit einem Daumen nach oben wissen. Dann weiß ich, dass wir da morgen mehr von angreifen wollen. Also, let's go, rein in die Nächsten. So Freunde, weiter geht es hier. 17 Player-Picks am Start. 85er vorhin bis jetzt rumgekommen. Und auch hier wieder blende ich euch natürlich die Highlights ein. Also, let's go und rein da. Das war Gerard Moreno am Start. 85er. Ihr seht, ganz viele 83er jetzt gerade eben gehabt. 82er haben wir jetzt hier am Start. Zwei auf der Seite noch. Doch, also bis jetzt ist doch nichts wirklich Großes um die Ecke gekommen. Muss man leider so sagen. Man muss sich wirklich die Frage stellen, wie viele soll man davon öffnen? Lukaku Walkout. Bis wirklich was Gutes um die Ecke kommt. Machen wir mal 5 hier noch auf der Seite. Dann sind sie 17 voll. Fernando wieder der 83er. Der ist, glaube ich, jetzt Duplikat. So sieht's aus. Also ihr seht, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viel habt ihr davon gemacht heute schon? Und aus wie vielen habt ihr dann, oder wie lange habt ihr gebraucht? Direkt eine Special Card zu ziehen. Man darf ja nicht vergessen, das Winter Best Of ist ja nach wie vor aktuell in Packs drin. Ja, Freunde, weiter geht's. 15 weitere Stück stehen an. Boah, und ich glaube, wir haben jetzt bis zu 50 Packs, oder Picks, muss man ja sagen, geöffnet. 89er Kane. Jetzt geht's langsam los. Jetzt geht's langsam los, los. Und die Frage ist, kommt noch ein Winter Wildcard-Spieler? Yes oder no? Come on. Zeig uns was Gutes hier, ey. So, Freunde, zwei Stück noch hier auf der Seite, aber bis jetzt ist da wirklich bodenlose Geschichte drin. Absolut nichts Gutes. Ach, du Alarm. So, hier haben wir jetzt 10 am Start. Stark. Windal nimmt er mit. Ja, und ich würde sagen, ich blende euch einfach die Highlights ein. Wenn was Gutes um die Ecke kommt, gehen wir rein. Und dann zeige ich euch, ob was Gutes rumkommt oder eben nicht. Jawohl, da haben wir den ersten Walkout mit einem Robertson. Zwar ein Duplikat, aber natürlich wunderbares SPC-Futter. Und danach kommt direkt 2,75er und 1,77er. Yay, so wollen wir es nicht haben. So wollen wir es auf jeden Fall nicht haben. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns einfach morgen sehr, sehr gerne wieder. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne Liebe da. Wir sehen uns morgen. Hier könnt ihr jetzt unter mir einmal das Video von heute Mittag abchecken. Das war reingegangen in Draft. Geht gerne rein. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.